In der Praxis bestehen die meisten Beziehungen zwischen zwei Klassen. Es gibt jedoch in der realen Welt auch Sachverhalte, bei denen drei oder mehrere Klassen in Beziehung gesetzt werden müssen. Diesen wollen wir uns in der weiteren Folge widmen. Sind an einer Beziehung drei oder mehrere Klassen beteiligt, so sprechen wir von Nern-Assoziationen. Sind es beispielsweise genau drei Klassen, so kann man dazu auch Ternäre-Assoziation sagen. Für die Nern-Assoziationen gibt es einige bestimmte Merkmale. So kann man zum Beispiel bei Ternern oder höherwertigen Beziehungen keine Navigationsrichtungen angeben. Am schwierigsten ist es oft, die Multiplizität bei Ternern oder höherwertigen Beziehungen zu bestimmen. Dazu geht man wie folgt vor. Man setzt nämlich die Kombination aller anderen beteiligten Klassen der Beziehung auf 1 und fragt sich, mit wie vielen Objekten der zu bestimmenden Klasse diese Kombination in Beziehung steht. So bestimmt man die Multiplizität bei Nern-Assoziationen. Nern-Assoziationen kommen natürlich nur in der konzeptuellen Modellierung vor. Sie kommen nicht direkt im Code vor. Dort wird meist eine Nern-Assoziation durch eine eigene Klasse ersetzt. Jedoch bestehen bei Nern-Assoziationen bestimmte Einschränkungen, die ich dann im Code berücksichtigen sollte. So hat man in bestimmten Fällen auch funktionale Abhängigkeiten. Ist beispielsweise bei einer Ternern-Beziehung die Multiplizität auf der Seite der Klasse C mit 1 angegeben, so bedeutet das, dass für eine bestimmte Kombination von A und B nur ein C-Objekt möglich ist. Man könnte auch sagen, es besteht eine funktionale Abhängigkeit. A, B bestimmt C. Sehen wir uns die Nern-Assoziation an einem konkreten Beispiel an. Dieses konkrete Beispiel hat drei beteiligte Klassen. Nämlich die Klasse Exam, die Klasse Student und die Klasse Lecturer. Sowohl links als auch rechts. Wir wissen, dass bei einer Prüfung mehrere Students antreten können und dass die Prüfung durch mehrere Lecturers abgenommen wird. Das ist durch diese beiden Multiplizitäten festgelegt. Natürlich gilt implizit umgekehrt, dass ein Student mehrere Exams absolvieren kann und auch eine Lecturer bei mehreren Exams prüfen kann. Jedoch gilt noch Folgendes in unserem Sachverhalt. Nämlich, dass letztendlich bei der Prüfung jeder Student genau einem einer Lecturer zur Prüfung zugeordnet wird. Dieser Sachverhalt ist durch das rechte Diagramm nicht abgebildet. Ich erreiche es auch nicht, indem ich dann einfach eine Beziehung zwischen Student und Lecturer einzeichnen würde. Weil das würde heißen, der Student wurde von diesem Lecturer, bzw. diese Studentin wurde von dieser Lecturer geprüft. Dann würde ich aber nicht wissen, in welchem Fach. In diesem Falle wären auch drei binäre Beziehungen nicht ausreichend, um den Sachverhalt zu beschreiben. Ich benötige eine ternäre Beziehung zwischen Student, Exam und Lecturer. Weil es soll gelten, dass ein Student bei einem Exam genau von maximal einer, einem Lecturer geprüft wird. Da haben wir auch schon die Beschriftung der Multiplizitäten. Ich setze nämlich, wenn ich eine Seite einer Beziehung, einer ternären Beziehung beschriften möchte, die beiden anderen Seiten auf 1 und frage mich, ob für jede Kombination, wo ich die beiden Seiten auf 1 setze, wie viel es Objekte auf der anderen Seite gibt. Das heißt, ein Student-Objekt in Kombination mit einem Exam-Objekt steht in Beziehung zu wieviel Lecturer-Objekten. Eine Studentin wird bei einem Exam von maximal einem, einer Lecturer geprüft. Ich bilde das kathesische Produkt. Das ist auch wichtig. Nämlich, wenn ein Student, eine Student bei einem Exam gar nicht antritt, gibt es dafür auch gar keinen zugewiesenen Lecturer. Daher ist die Untergrenze eine 0. Wenn ich die Multiplizität hier beschreiben möchte, auf Seite von Students, setze ich die beiden anderen Seiten auf 1. Das würde bedeuten, bei einem Exam prüft ein, eine Lecturer mehrere Students. Diese Seite zu beschriften, ein Student wird von einem, einer Lecturer bei mehreren Exams geprüft. Jetzt könnte man dazu verleitet sein, zu behaupten, eine ternäre oder ennäre Beziehung macht nur dann Sinn, wenn zumindest auf einer Seite der Beziehung die Multiplizität höchstens 1 ist. Das stimmt jedoch nicht. Das wollen wir am folgenden Beispiel verdeutlichen. Wir haben hier eine Beziehung, die beschreibt, wer was wo studiert. Das heißt, man muss die Multiplizitäten hier ansehen. Wenn ich die Seite des Studierenden, der Studierenden beschriften möchte, sage ich, an einer Uni kann ein Studium von mehreren Studierenden betrieben werden. Hier zu beschriften die Multiplizität bedeutet, an einer Universität kann ein, eine Studierende mehrere Studien betreiben. Diese Seite besagt, eine Studierende kann ein Studium auch an mehreren Unis betreiben. Dazu ein kompatibles Objektdiagramm vereinfacht. Wir haben die Studierende CH und CH studiert Deutsch an der Uni Wien und CH studiert Wirtschaftsinformatik an der TU Wien. Bei unserer ternären Beziehung sind alle drei Multiplizitäten nach oben hin nicht eingeschränkt. Daher stellt sich die Frage, kann ich diese ternäre Beziehung einfach durch drei binäre Beziehungen, die ebenfalls nach oben hin nicht eingeschränkt sind, ersetzen. Das würde bedeuten, an einer Uni gibt es mehrere Studierende. Eine Studierende studiert an mehreren Unis. Eine Uni bietet mehrere Studien an. Ein Studium wird auch von mehreren Universitäten angeboten. Eine Studierende kann mehrere Studien studieren und in einem Studium gibt es mehrere Studierende. Grundsätzlich sind all die Aussagen, die ich für die binären Beziehungen hier getroffen habe, nicht falsch, aber nicht vollständig, wie wir hier sehen werden. Denn wir nehmen noch immer den Sachverhalt an, dass CH an der Uni Deutsch studiert und CH an der TU Wien Wirtschaftsinformatik studiert. Wichtig ist dabei auch festzuhalten, CH studiert nicht an der Uni Wien Wirtschaftsinformatik. Im unteren Beispiel ist es nämlich so, dass das Studium der Wirtschaftsinformatik von der TU Wien angeboten wird und das Studium Wirtschaftsinformatik auch von der Uni Wien angeboten wird. CH studiert nun Wirtschaftsinformatik und CH studiert an der TU, wie wir wissen, und CH studiert auch an der Uni Wien, wie wir wissen, CH dort Deutsch studiert. Im unteren Beispiel wissen wir aber nur, CH studiert Wirtschaftsinformatik, CH studiert an der TU Wien, CH studiert an der Uni Wien. Wir können jetzt hier nicht ausschließen, dass CH an der Uni Wien Wien studiert. Das ist aus dieser Lösung hier nicht ersichtlich. Daher benötigen wir für eine konkrete Abbildung eine ternäre Beziehung, wie sie im oberen Beispiel gegeben ist. Somit haben wir eine ternäre Beziehung intensiv diskutiert. Aber es können natürlich auch mehr als drei Klassen an einer Beziehung beteiligt sein. Es könnten auch vier, fünf oder noch mehr Klassen sein. Dies repräsentiert auch den Abschluss in die Einführung in das Klassendiagramm. Wir haben kennengelernt, wie wir von Objekten zu Klassen kommen, wie wir Assoziationen notieren und deren Multiplizitäten feststellen. Wir haben exklusive Assoziationen kennengelernt und auch Assoziationsklassen. Und jetzt zum Schluss die ernähre Beziehung. Aber es gibt noch eine Reihe weiterer Konzepte, die wir in der Vertiefung des Klassendiagramms durchnehmen werden. Am Schluss geht es auch in Richtung Codeentwicklung. Beziehung, 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 Beziehung.